Servus Freunde, Willkommen zum Ranglistenspiel CSGO 137 Gaming Let's Zock mit dem Manu und noch jeder und wir zocken jetzt ich denke wir rushen und wohin ist keiner das auch diese Zeichen im Spiel? Welche Zeichen? Waffen durchschalten und so was steht da? Ne, ach die Tipps oder was? Das nervt mich. Keine Rampe? Was ist denn los mit dem? Boah, was drückt denn hier ein Headshot? Hinter uns, hinter uns. Der kommt jetzt runter gesprungen hinter uns. Der hat so Glück gehabt, der gibt mir halt einen One-Shot mit, was weiß ich, mit der, mit der, wie heißt denn? nur USP OFR ist oben Versteckt mich Oh, der saft der, der saft die Pistole. Jetzt ist er aufs Board unten. Der defused! Lo! Da oben stirbt man. Wir haben die erste Runde gewonnen, gewonnen! Der Manu will safen und stirbt. Der will safen und stirbt. Was ein Lacker. Dirty Eder kriegt erstmal die Bombe von mir. Oh ne, da bin ich doch nicht gut drinnen. Chef, sag es ihm. Naja, aber wenn du die Bombe ja selber hast. Wenn du sie nicht suchen musst. Deswegen kann ich nur nicht finden. So, der defused scheiße war ein bisschen noch mal hingelegt. Ich geh nicht mit. Wir haben doch noch Kabel, gell? Smoke! Gehen wir... Oh, da ist einer! Juhu! Na toll, stehen wir alle rum. Warten, bis die Rauchwolke weg ist. Tolle Wolke. Jaaa! Gehst ja voll ab hier. Nicht wirklich. Warte ich vielleicht rein. Oh, warte mal, rechts 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 hin und hin und hin. Da kommt was. Glaube ich. Oder ist es? Einer von uns sein. 57 Sekunden. Ach, nice. Lol. Oh, dann weg ich noch schnell. Vielleicht krieg ich noch was. Ja, schnell Geld, Geld, Geld. Oh, zuwege. Oh, zuwege. Oh, zuwege. Es hangt irgendwie nicht irgendwas, weil ich hab einen Schmachschild aus. Rushen wir runter auf Bären schon hier. Guck auf die rechte Seite. Wo denn? Guck auf die rechte Seite. Und ich hab einen Schmachschild. Keine Ahnung. Ja, also ich wusste nicht ob das jetzt hieß oder nicht. Schacht war einer. Einer von uns ne? Ja, scheiße. Ja. Wahnsinn. Drei hundeneinander. Ja, noch. Oh, du Dorf. Nein, ich bin nicht letzter. Was? Ich bin jetzt doch der, der... Fahrt's bloß mit dem Manu. Guck mal. Guck mal. Es hat immer alle wart, dass einer vorläuft. Jetzt wissen die alle, dass wir unten sind. Macht nichts. Ich bin ja da. Jetzt tocken wir schon. Manu. Egal Jetzt kommen wir schon drüben Naja Wo? Ja unten Glaube ich Ich seh keinen an den Gegner Ich hab wieder gewonnen, hab nichts getan Macht Spaß Das ist gut Aber dieser Olbrom da, wer da ist, der geht voll ab Sorry, I'm off Warlock Hier geht alle rechts, dann komm ich mit Okay, naja, was jetzt? Hab ich mich durchgeschaut? Hm? Boah Boah Schacht ist was Oh scheiße hinter uns Wo warst du? Draußen noch Ja genau da Das Toxa gehört nicht zu uns Nice Ich bin gestorben Oh nein Ey ich bin nicht mehr letzter, juhu Na toll, danke Läuft der Moment richtig gut, wa? Joa, kann man es so sagen Eins, drei, 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 sieben Gaming Kevin Games Ey, ich hab viel Granaten, yay Vier unterschiedlichen Ich hab voll die Wurziger verarschen, oder? Was denn? Immer lauft in die andere Richtung Ich war's nicht Ich war's nicht Ich war's nicht Von hinten Wurziger Wir haben's nicht mehr Wurziger 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 warum müssen los mit dem sind die da drin? boah super beim nachladen gg gedrückt 14 sekunden das sind jetzt auch noch ja komm na toll nimm die scheiß waffe in den oh mein gott haben wir doch gewonnen die? nein aber wir haben die bombe gelegt ja ich dachte der bombeplatz geht noch um das fass rum wie früher was hat der denn den arsch wieder hätt sich aber gleich aufregen müssen oder sich halt ein richtiges spielteam suchen das schreft ich mache eine füge ich mache eine blase ich mache ein oh mann so ein spasti wollte ich gerade drüber rushen wo sind denn die anderen oben seid ihr oben eines oben zwei schau mal hier würde zuerst mal gerne hier was hinspray stimmt hätte sich das ist immer gibt ich weiß nicht wo ich nicht laufen soll zum safen nein der arsch man lauf ich dem einen hinterher ja genau ich hab mal sogar eine gute runde ist doch gut jawohl dann bin ich mal der happy break man kommt eine ja den habe ich gehört hatte wo denn vor pommes oh mann so knapp nein nicht wieder jetzt reicht's alter die der wichser der kommt immer weil ich hab jemand an der der soll nice ja da habe ich gesnackt da ist noch eines auf pommes oder so ja wie viel leben noch einer ach das beleidigt einen wieder A ist der links auf der linken seite von uns bei der tür oder so danke du pommes und ich gehe hier an der war vorhin noch unten aber musste Schacht immer gucken drei sekunden time let's brushen wo ist die bombe die ist unten der 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 treppe bei der treppe schnell manno da genau da rechts 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 mach ihn kaputt mach ihn kaputt ja die schaffe ich nicht mehr doch schnell ja wo denn wie ist der auf Schacht gekommen alter ja alter wie kam der jetzt in den Schacht so schnell das Spiel war doch so abgelaufen keine ahnung wie ist der jetzt in den Schacht gekommen ich auch rechts glück auf sein namen ich gehe links nicht immer lang da habe ich dauernd noch getötet alter alter oh oh was ich bin so naja ich dachte ich stehe dazu hehehe ja nice alter alter was drückt der ja der ist auf dem Dach außen geht jetzt ach der hat's geäst ach ich habe eh nichts gesehen so ja 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 der eine Der ist übelst gut bei denen. Der hat mir gerade so insalte an den Hattie gedrückt. Ja, mit einem Pistol. Was macht der denn? Hat er verdient, tut mir leid. Auch wenn er in unserem Team ist, aber er ist ein Arsch. Jetzt hab ich kein Geld mehr. Was? Das ist doch, glaube ich, ne City-Map sogar hier, oder? Achso, keine Ahnung. Okay. 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 Wo waren die? In der Pommesbude. Ach, in der Pommes. Okay. Und im Radio-Raum wird doch einer. Wir waren von beiden Seiten gewesen. Wo ist die Bombe? Da ist ein Radio-Raum. Der drückt halt instant. Oh, das war knapp. Alter. Alter. Alter, die Waffe ist so bad. Alter, komm. Da haben sie es mit mir auch gemacht, die Schweine. Ach. Du schaffst es. Alter, ich hab dir doch Headshots get... 98 in 5, wird sie mich verarschen. 45 in 4, 69 in 3, 13 in 1, 98 in 5. Ja, und der campt bis 3 Sekunden. Das ist jetzt so ein Idiot. Die waren alle so low, ja. Glückert些. Oh ich erstmal den komischen Kerl auch blockieren. So. Da ist jemand. Er hat nicht auf mich gehört. Wo seid ihr? Ich hab Angst. Wo wo wo, ich hab Angst. An der Rampe war einer gestanden. Oh wie lol, das hab ich nicht hingeguckt, bin stecken geblieben. Radioraum, pass auf. Oh mit AWP. Pass auf. Ne, der steht links hat ja auch mit AWP. Sie sprechen sich doch ab die Arschläger. Die sind ja auch drei aus dem Clan. OK 90 Action. Wir müssen jetzt mal was anderes machen. Jetzt kommen wir irgendwie, sterben wir da und. Oh. I'm throwing a flashbang. Flashbang. I'm throwing a grenade. Oh nein. Nein. Man ich bin so schlecht heute. Von Rampe. Ach von Rampe. Von Rampe. 75 in 5. Das ist doch scheiße. Das hat er da vorne von seinem Chef-Pro-Lager. So gut spielen mit dieser kack AWP, krass. Es gibt so ne, das 75 in 5 mach ich dem. Ne, stirbt nicht. Oh nein. Alter. Hinter uns. Ne, ein AFK bei uns. Ja, der Olbrum, das macht er mit Absicht. Kann man denn nicht kicken? Booten, ja. Aber ist ja wenigstens ein Bot drin. Jetzt kommt er. Wo will man rushen, bitte? Geht jetzt außen rein. Aber wo will man rushen, bitte? Geht jetzt außen rein. Wir haben uns. Oh, der macht nur Dauerfeuer, ne? Oh, der macht nur Dauerfeuer, ne? Geht jetzt außen rein. Gib ihm, Alter. Jawoll, nice. Einer war noch oben, ne? Geht jetzt außen rein. Geht jetzt außen rein. Ja, das kommt... Was soll ich denn 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 denn? so jetzt müssen wir mal eine runde holen hier ja aber ich weiß nicht wo ich hingehen sollen hier wird gesnipert hinten weil keine ahnung warum es wird gesnipert die kommen von hinten also außen wir holen noch ihren drei so muss bomben auf dem spot glaube ich drauf oder vorne irgendwo wo läuft jetzt oben 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 oh mann der sniper das interessiert mich so voll man kaputt also ich sehe ich wollte ja voll erschrocken wo der gerade geschossen hat letzte runde der weiss nicht wir sind gerade mitten im spiel so was wolle habe ich die heute noch nicht angerufen mit autos endlich mal ein kill hier wo war denn der zum schluss er hat den ja ich habe hier ein assist bekommen ich habe den schon übelst angeschossen gehabt ich habe noch nicht mehr gesehen naja 8 7 so wie früher ich glaube ich bin echt ok ich habe immer meinen jungs hinterher ich habe immer meinen jungs hinterher ich habe immer meinen jungs hinterher oh man scheiße sorry das war schon beim mittagessen kriegst alles wieder nein draußen sind sie draußen 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 ich treffe ich treffe sie alter und er gibt mir durch die scheiß so schlecht heute ja rechts war er hinter dem was hier war schade kann man auch im schacht ablegen was alter was ist das für kranke musik alter was schießt der denn jetzt so ein idioter ich habe ja die ganze runde mit weniger als 100 d haben hier jede runde mit weniger als 100 d verdient aaaah nicht getroffen wir legen die bombe der scheißel all rum er himmt nur rum und er hat geschehen das ist alles Alter, hab ich so ein Hyping oder was? Weil ich bin schon lange hinter der Tür und krieg trotzdem noch Übelzeilen rein. 52.3! 53.3! Boah! Zettel der! Ich dachte das wäre eine T-Map, äh C-T-Map. Ja gut, der eine, der schießt die dann nur uns an. Ja, aber nicht absichtlich, oder? Natürlich! Ja genau, das ist doch ein Idiot. Oh Mann! Oh Mann! Der geht voll ab, der andere! Bist du, was macht der? Deploying Flashback! Ja! Wer hat denn von euch dann Nein gedrückt? Der andere Spieler, wir beide, wir drei haben da also getippt. Ja, wieso drückt der, der tötet ihn, weißt du, der andere und... Vielleicht spielen die zusammen. Ja, wow. Wieso! Ja! Wieso? Ja! Wieso? Ja. Ja, ja. Ja. Wo ist er denn? Fahrer Wo ist er denn? Fahrer Bleibt der Stimme oder was? Hä? Das sind echt zwei Gegner weggelaufen I have no defuse I'm defusing the bomb Was ist er? Oh warte Ja Nice Sehr schön Oh Bomb has been defused Counter to us Ha He 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 Hast du noch nicht gemutet oder was? Ich lese es immer nur Von außen ist einer Pommes ganz viel Äh nicht Pommes Ja Computerraum Good job Wo waren die? Keine Ahnung Pommes Boah dieser Wichser Kämpfer Der ist da in Pommes Ja da irgendwo Rechtsmache Ach Scheiße Eine Pommesbude drinnen Kommt jetzt an der Tür rausgelaufen Oder auch nicht Kommt wieder Pommesbude Nice Jawohl die Gegner haben den Bord Hehehe Seit lang mal wieder den Kill gemacht Wer ist jetzt B? Flasch Flasch Oh War so klar Da ist einer draußen hinter uns Die lauft mit der Bombe nach hinten Die liegt hier die Bombe oder? Ne Das ist B wahrscheinlich Loll Ich habe noch einen angekittet Nice Loll ich habe noch einen angekittet Nice Ah Bombe ist wo ist die Bombe? Schacht Ach Schacht Schacht Ach Schacht ok Neue Sekunden Neue Sekunden Nice Hier schau mal War keiner Wie sie wieder trollen wollen gell Loll Loll ein Preemade hat geliebt von denen Loll Loll Noch einer jetzt Ich dachte das waren jetzt die zwei randoms gewesen oder so Ich dachte das waren jetzt die zwei randoms gewesen oder so Schöhe Leing down smoke. Wo? Wo wart ihr denn? Hinter euch Toll Ich dachte, er wäre einer von uns oben gewesen Ja, und dann war noch eine drin Let's go Zum Schwarmbein Nein, erwischt Wohin war einer Rampe? Ja, musst aufpassen Das war's für heute. Grenade! Bombe ist ja am Spot ne? Ja Juhu 15 zu 10 Nice Oh! Alter! Wie viel Schuss hat der denn? He comes from outside Oh! Kein Glück ey Noch der Bot lebt Quasi Der stirbt man nicht? Ne, wenn du so runter slidest, nicht? Auf der Palette Aha Er hat auch ein Bombenproblem Oh nice, sehr nice Was? Das war ja er Nein, das ist schon gestanden Ich kaufe mir jetzt ne Ach nein Egal, die Pumpkin hier Weil ichs kann Wie geht's? Oh Wie geht's? ich kann so ausrasten 81 in vier und dann rasch der genau wenn ich die scheiß granate werden ich hätte mit der pumpe so zerfickt aber ich finde die bombe nicht hast du die bombe schon irgendwo ohne oder wohl alter ist schlecht ich muss verwirr deine flasch mal bombe down Oh, lol, wo war er denn? Ach, da an der rechten Seite. Scheiße. Pommes, oder? Hinter Pommes jetzt. Drei Pommes und einer Radioraum. Oh, lol. Was war's? Keep him! Schade. Oh nein, der Bot hat dich getötet. Was ist denn los? Ey, ich hab dir nicht einen Hippie gegeben. Ich bin wie der Pumpkart. Nee, ich kauf's jetzt nochmal. Oder die Paare? Nee, lieber die Pumpe. Ups. Alter, am Anfang ist hier immer so ein Geblocke. Ja, irgendwie. Ey. So ein Arschloch. Zwölf in einen GG. Ja, keinen GG. Ich hab' nicht. Ich hab' ihn auch angeblich nur voll wenig gegeben. Zwölf in einen hab' ich ihn angeblich gegeben. Ja, pisse dich mal. Magst du schon, Ela? Wenn ich wüsste, wo? Ich möchte mir helfen, ich bin in sowas immer recht. Nice. Links. Komm was, Tor. Die geht hinter, glaub' ich. Keine Ahnung. Wo ist hinter, runter? Die Rampe? Nee, links, links. Schon links. Da ist Richtung B runter. Da ist Richtung B runter, der Typ. Oh lol. Nice. Du kriegst eine Missziehung. Ja, toll, sehr klar. Ich bin ganz unten. Aber eigentlich hab' ich nur einen Abschuss weniger als... Ich? Ja. Die Runde war ich bad. Dafür ist ja wenigstiger gestorben. Die Runde war ich trotzdem voll bad an. Toll. Ich bin immer noch beschissene Silber-Elite. Ist ja peinlich. Ich bin immer noch beschissene Silber-Elite. Ist ja peinlich. Bei mir hat sich ja auch nichts ändert. Also Freunde, bis zum nächsten Mal. See ya. Ciao.